Musik Emotion pur. Die größte Seat-Ausstellung im Rhein-Sieg-Kreis. Seat Fischer Burtscheid. Direkt an der A3 in Loma. Auch in diesem Jahr heißt es für junge Akteure Vorhang auf für den 17. Theater- und Künstlerfestival. Das Festival wird in Kooperation mit der Gesamtschule Hennef-West durchgeführt. Es hat sich schnell im Rhein-Sieg-Kreis etabliert und richtet sich an Schulen, Gruppen, Kinder und Jugendlichen, die Freude an Musik, Tanz, Comedy, Akrobatik und Theater haben. Die Richard-Schirrmann-Schule in Hennef und die Gesamtschule Hennef-West begrüßen Künstlerinnen und Künstler aus weiteren Förder- und Allgemeinschulen sowie aus dem Kinderheim Pauline von Malinkrott in Siegburg. Die Schirmherrschaft der Veranstaltung haben der Leiter des Schulamtes des Rhein-Sieg-Kreises Hans Klaassen und Schulamtdirektorin Birgit Kreitz-Hennen übernommen. 120 Schüler und Schülerinnen im Alter zwischen 7 und 16 Jahren präsentieren mit großer Freude ihre Darbietung, den Publikum und verwandeln die Aula der Gesamtschule Hennef-West in ein buntes Theater. Dabei verspricht das Programm eine aufregende Vielfalt von heiteren und ernsteren Beiträgen. Die Band der Gesamtschule gestaltet mit instrumentellen und Gesangsbeiträgen auch das Rahmenprogramm der Veranstaltung.